Die Motivation für mich ist, irgendwann mal bei den Olympischen Spielen auf dem Startblock zu stehen und da das Bestmögliche an Leistung zu erbringen. Mein Antrieb ist zu gucken, wie weit ich meinen Körper pushen kann, wo das Limit steht und wo das ist und wie lange ich brauche, um daran zu kommen und wie weit ich die Grenzen jeden Tag versetzen kann. Bis zum nächsten Mal.